Hallo zusammen, ich bin der Sven Zinseling. Ja, sorry, dass ich eure E-Mail, natürlich habe ich das alles runtergeladen, weil ich kriegte gerade eine ganz aufgeregte E-Mail, ich hätte eure Daten nicht runtergeladen. Ja, ich habe alles runtergeladen, muss aber dazu sagen, als Entschuldigung, ich bin jetzt in Kur, nicht Rehabilitation, sondern Kur, also Wellnessurlaub, und habe es mir jetzt gerade durchgelesen, Mensch, ihr wolltet ja ein Video haben. Ja, ich bin der Sven Zinseling, ich komme aus dem Hanau, bin ein Hesse, wie man hört, ich spreche Hochdeutsch, weil ich stehe seit sieben Jahren hauptberuflich vor der Kamera, und habe mir gedacht, okay, Hochdeutsch ist dann besser, weil dann kannst du einfach mehr Rollen spielen, und das ist einfach der Vorteil. Bin gelandter Gastronomie, Gastronom, Hotelfachschule, was habe ich an Werbung gedreht? Okay, das Problem ist ja, letztes Jahr gar nichts, weil ich hatte über 41 Drehabsagen, dieses Jahr schon neun, also finanziell brauchen wir, glaube ich, nicht diskutieren, habe ich das richtig gemerkt. Davor, das ist aber wirklich schon lange her, ich war zwei Jahre der Flamingo-Mann, richtig im Flamingo-Kostüm, das war der Hammer, das war der Buller. Leider haben es die Leute nicht auf die Reihe gekriegt, deswegen ist das leider nicht weitergegangen. Das ist letztes Jahr ausgelaufen, dann habe ich für Audi gedreht, für VW, Lufthansa, für die deutsche Nationalmannschaft mit der Commerzbank, aber das ist wirklich schon drei oder vier Jahre her, also das letzte ist, glaube ich, vor drei oder vor zwei oder vor drei Jahren ausgelaufen, also es ist nichts mehr on, also da braucht ihr euch keine Sorgen mehr zu machen. Ja, ich wäre mega gern dabei, ich hätte so Lust drauf, ich kann natürlich auch intelligent aussehen, wenn ihr das wollt, mit einer oberschlauen Brille, die gibt es noch in weiß und in rot und in blau. Dann habe ich mir natürlich extra einen Zopf gemacht, damit ihr das seht, das geht natürlich auch offen. Also wenn ihr lieber lange Haare hättet, ich habe die auch nochmal in lang, natürlich jetzt nicht gestylt, hallo, nein. So, dann wollt ihr mal Hände sehen, gut, also ich bin Ringträger, so, ich bin Ringträger, wenn ihr das natürlich nicht möchtet mit dem Ring, ist das gar kein Problem, dann sagt mir früh genug Bescheid, dann mache ich die ab, gehe ins Solarium und dann sieht man es auch nicht. Also von der Hinsicht gar kein Problem, ihr müsst es mir nur halt früh genug sagen, damit die Solariumsonne das Weiße auch braun macht. Ansonsten, ich wäre wirklich mega gern dabei, ich habe voll Bock drauf, ich habe das letzte Mal in Berlin gedreht, ach, ich glaube vor fünf Jahren auf Streife, Spezialisten und ich finde Berlin einfach toll, deswegen, ich würde mich mega freuen. Aber das liegt ja nun an euch, das weiß ich selber. Hier war das Sven Sinterling, ich freue mich mega von euch zu hören. Schöne Ostern!